2010 war das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von Audi. 2010 haben wir knapp 1,1 Millionen Automobile ausgeliefert, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit haben wir die Millionenmarke wieder geknackt und unser Rekordjahr 2008 noch einmal deutlich übertroffen. Wir haben in mehr als 40 Märkten Absatzrekorde gefeiert. In Westeuropa unsere Position als führende Premiummarke gehalten und in China und den USA neue Bestmarken aufgestellt. Mit neuen Produkten wie dem Audi A6, dem A6 Avant, unserem kompakten SUV Q3 oder dem Q5 Hybrid Quattro nehmen wir diesen Schwung mit in dieses Jahr. 2011 wollen wir deshalb 1,2 Millionen Automobile ausliefern. Und möglich machen diesen Erfolg unsere Mitarbeiter durch ihren Einsatz und unermüdlichen Willen, das Beste für Audi zu geben. Mit diesen Menschen an Bord sind wir bereit, uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und sie auch zu meistern. Wir sehen uns dieélior Coleman, die Aufschlösen und die Aufschlösen und die Aufschlösen und die Aufschlösen, dann ein Problem schetzungen. Vielen Dank.